Verantwortlich für die Unterschriften unter die Klassenarbeiten war mein Vater. Oh Gott, wenn Vater diese fünf zu Gesicht bekommt, ärgert er sich und Mutter erfährt es auch. Wenn ich diese Note meinen Eltern unterschlage, gibt es keinen Ärger zu Hause, aber Ärger in der Schule, weil ich keine Unterschrift habe. Ich brauche eine Unterschrift meines Vaters, ohne dass er die Zensur sieht. Aber wie stelle ich das an? In Filmen hatte ich ja schon gesehen, wie man eine Unterschrift auf Schreiben oder Dokumente bekommt, welche der zu unterschreiben, die nicht sehen soll. Dazu wurden demjenigen viele Blätter zum Unterschreiben vorgelegt, und mittendrin war dann das, welches er nicht lesen sollte. Und oft klappte es und bumms, und schon hatte er sein Todesurteil unterschrieben. Im Film eben. Das kann ich mit meinem Vater nicht machen, der schaut sich jedes Blatt genau an. Es ist ja eben kein Film, sondern Wirklichkeit. Da fiel mir spontan eine Lösung des Problems ein. Ich unterschreibe mit dem Namenzug meines Vaters. Das war's. Das war's. Das war's.